Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in ein unendlich weites Wetteres. Genauer gesagt, bei Station Deep Space Nine. Mit mir dabei der Anno. Moin! Wenn uns das ganze Ei gebrocht hier hat, lass uns mal zu Deep Space Nine fliegen. Ja, seit neuestem versuchen wir ja immer dasselbe Startsystem hier zumindest zu haben. Jetzt sieht es mal fest auf dieser Raumstation. Mein Schiff ist sogar so groß, dass ich theoretisch all drei Andockpylonen oben andocken könnte. Oder alles simultan. Ich glaube ein Borgwürfel kann einfach oben drauf gestellt werden, oder? Wie bei Bridgecruiser ähnlich. Warte mal, das würde mich jetzt mal interessieren. Man steht doch genau mitten in Deep Space Nine hier. Wo parkt denn hier der Borgkubus? Das würde ich jetzt mal wissen. Mitten in Deep Space Nine. Da sieht man die Station wahrscheinlich nicht mehr. Warte. Oh, man parkt daneben dann. Aha. Der Kubus ist so groß wie Deep Space Nine gefühlt, also vom Raum einnehmenden Volumen. Unähnliche Größen. In den unähnlichen Weichen. So, gerade noch die Schatzes abholen. Zu nix gekommen heute. Losgeschickt hier? Nee. Alarmstüfe rot, Alarmstüfe rot. Ah, nur vergiss die Schatten, das wegzuschicken. Was soll übrigens der Rot-Alarm sein? Achso, klar. Wer hat ihn nicht erkannt? Kein Quitsch oder Stuhl. Achso, wer war denn das nur noch? War es Kenny oder was? Oder war es Sayobu, Dagumi? Irgendeiner von denen hatte doch so einen elendig, quietschenden Stuhl, weil er sich auch nur einmal falsch bewegt hatte. Echt? Ja, das ist aber auch ewig und zwölf Jahre her. Ja, gut. So. Immer ein bisschen Casey und A. Wer kennt denn auch den quietschenden Stuhl? Das könnte auch so eine Episode irgendwie sein, so die drei Fragezeichen und der quietschende Stuhl, oder Harry Potter und der Stein des quietschenden Stuhls. Und der Macher von Landurlaub. Der quietschende Stuhl. Man, wieso kriege ich das denn nicht? Das ist so gemein. Ich kann es sicher replizieren, aber auch nicht. Latinum. Jedes Mal, wenn ich Latinum replizieren möchte, kommt dann immer, kann man nicht. Latinum ist zu wichtig, um repliziert zu werden. Ja, schönen Schrank auch. Oh, guck mal. Ich habe jetzt den Bokus wieder umgetauscht zu einer Galaxy und man parkt weiterhin neben Deep Space Nine. Fuck. Gleich melden. Nächstes Bug-Video ist raus. Ich glaube, die sind noch nicht mal mit unserem Ersten durch. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, wir haben auch wieder dieses Mal ein neues Eventl. Joa. Warte mal, wie heißt es? Kos Kedjal. Würde ich es jetzt betiteln? Ich habe keine Ahnung. Wo ist das? Muss man das kennen? Ich kenne das Kos Amoyan. Aber das könnte vielleicht miteinander verwandt sein. Warte mal. Kost Kedjal. Oder es ist wieder so eine geile Übersetzung. So wie Kost fast gar nichts. Jedenfalls ein Bau-Event. Oh, geil. Ich habe gerade meine ganzen Chronytonen verballert. Das war clever. Aber naja. Aber weit möchte ich da eh nicht kommen. Weil Spoiler, so richtig spannende Sachen gibt es da nicht. Das mit den Fünf-Sterne-Haters, das sie letztes Jahr, äh, letzte Woche angeboten haben, das gibt es diesmal auch nicht mehr. Was? Gibt es nicht mehr bei den Solo-Belohnungen da zum Freischalten? Schade. Naja. Wo wollen wir denn anfangen? Links oder rechts? Ähm, lass ruhig links anfangen. Okay. Queen. Haman. Golbas. Gineve. Keine Ahnung. Genevieve vielleicht? Genevieve. Genevieve wäre eigentlich, äh, ein kanadischer Name. Wenn du sagst, ich glaube es dir sofort, ja. Ähm. Keine Ahnung. Queen Kira. Und irgendwas dazwischen. Ist die mal irgendwie ins, äh, nach Kanada gereist? In geheimer Mission. Die Kira. Klar. Hier die zweite Folge. Okay. Nein. Ja, keine Ahnung, PK war ja auch öfter in Frankreich. War ja öfter da, ich dachte, er war nur einmal da auf Familienbesuch, nachdem er assimiliert wurde. Hallo, ich bin zu Hause. Sie werden assimiliert. Schüttel. Endlich, du lasst dich ja nie ansehen. Oh. Tod. Merken, immer durch den, durch den, wie heißt das bei euch, Spion? Immer durch den Spion gucken, bevor er aufmacht. Das könnte ein Borg von der Tür stehen. Naja. Wie heißt das bei euch? Kuckloch. Okay. Also, den ganzen Tag, das ist eigentlich Türspion, aber... Okay. Kuckloch. Ja. Ja. Ist die verzweifelt? Ja, sie ist verzweifelt. Ja, ich habe vorhin schon mal einen Blick reingeworfen, bei dem Gesichtsausdruck von Reed, dachte ich mir, hmmm, lass dich überraschen. Könnt ihr zweifelt sein? Ja, selber wie die Tores, von den Gligonen, die gab es schon. Echt? Ja, habe ich aber noch nicht. Ich auch nicht. Wie darfst du dich seht denn anschauen? Ist das die Mutter von Belana? Oder... Was? Ja, oder nicht. Ich habe keine Ahnung. So viel Haare und so viel Stirn, das war doch nicht Belana, oder? Hm. Kam die Mutter von Belana mal vor? Ja, bei der Barke der Toten. Nochmal irgendwo. Wieder irgendeine langweilige Klingonen-Folge. Ich weiß noch nicht. Wenigstens habe ich diesmal nicht mit dem Voyager-Bashing angefangen. Ähm. Ja. Ich habe keine Ahnung. Tores-Klingonen. Ich meine, die hätten ja auch der Vorname. Äh, den sparen sich gänzlich. Ich bin einfach mal so frei und gucke einfach mal eben bei Timelines Wikipedia rein. Äh, da. Ich habe tatsächlich weitergeschaut mit Deep Space Nine. Oh. Ja. Wie weit bist du? Stolzern. Naja, immer noch Staffel 2. Ja, aber so welche Folge? Gerade bei den Marquis. Ah. Durch mit der Doppelfolge, oder? Nee, das ist gerade gerade der Cliffhanger gewesen. Aber ich dachte mir von Anfang an, okay, der wird Dreck am Stecken haben. Das Vorname Marquis ist ja auch eigentlich eins der wenigen Dinge, was sehr serienübergreifend geworden ist. Weil das Ende von TNG, da gab es ja die Rollaren. Und auch immer wieder Marquis auftritt, dann bei Deep Space Nine und eben halt, äh, Voyager mit, ähm, Tuvok, Chakoti und Kokagi am Anfang. Paris. Mhm. Nee, Paris war ja nur ein Verbrecher, oder nicht? Ja. Das heißt, nicht Verbrecher, aber... Ein Überläufer, halt. Ein Spion. Ein Türspion. Nee, der hat doch irgendwas gemacht, weswegen er in der Gefängniskoloni der Föderation saß. Nee, der sollte die halt auch spionieren. Oder? Wenn das so ist, okay. Ich dachte, er eigentlich, er hätte irgendwas gemacht. Oder war Tuvok, der Spion. Auf, auf Chakoti-Chef. Okay, ja. Und du schimpfst dich einfach, Hitcher. Ja, Entschuldigung. Nee, ist gut, alles gut. Ich weiß auch nicht alles. Darf, hab ich mir Toni gesucht. Toni weiß immer alles. Das ist das laufende Memory Alpha und Memory Beta in einem. Memory Toni. Und, schon was rausgefunden? Ähm, achso, warte. Ich hab was eingegeben, auch gar nicht. Ja, Multitasking, ne? Das ist nicht so. Nee, nee, nee. Ich bin, Mann, du verlangst hier doch kein Multitasking von mir. So, irgendwie lädt es sich noch nicht. Taurus. Okay. Weißt du, wie es heißt, wenn man Merkel mit was beauftragt? Wenn man was? Wenn man Merkel mit einer Aufgabe beauftragt. Aussitzen. Das ist dann das sogenannte Multitask. Das. Heute bin ich wieder on fire. Tüt, 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 tüt. Stell mir grad vor, wie du dieses komische Lied da singst. Dieses I'm on fire. Keine Ahnung, ich kann nicht singen. Also irgendwie liegt diese... Ich merk's. Irgendwie liegt diese eine Taurus bei mir hier nicht. Jetzt hat sie geladen. Also, Taurus, Klingon, es ist super rare. Beladner. Oh, okay. Was ist denn Faces? An die kann ich mich nicht erinnern. Es ist tatsächlich Beladner, Taurus in einer Folge, in der ihr klingonisches und menschliches Ich voneinander getrennt werden. Tut das nicht weh? Da würde ich mal zum Doktor gehen. Nur beim ersten Mal. Oh, je. Oh, Mann. So. Jo. Okay. Dann gibt's nächste Woche hier menschliches Ich. Wäre möglich. Ist dann noch nicht drinne. Hier höre ich's zuerst. Weil dann haben wir noch den Drei-Sterner-Reed. So, übrigens auch sie ist verzweifelt. Klar. Drei-Sterner-Reed, den gab's schon. Dann den Vier-Sterner-Touristen-Reed, der wieder ultra hässlich aussieht. Ja, das dachte ich mir auch schon. Ich hab sofort an dich gedacht, als ich den gesehen hab. Eine Zusammenstellung aus verschiedenen Photoshop-Materialien. ergibt dann das. Und der Ding sah wahrscheinlich genauso aus, dann der Projektbeauftragte so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist also die typische Baumarkt-Geste. Das ist nicht meine Abteilung, aber fragen Sie mal beim Kollegen da hinten. Stimmt. Es ist auch selten, dass eine Beschreibung nicht dabei ist. Unten bei ihm. Looking for some company on the pleasure of planet Risa. Na denn. Malcolm Reed ends up in a desperate situation. Desperate housewives. Natürlich auch wieder verzweifelt. Aber auch einfallsreich. Du hast ja Enterprise nie gesehen, ne? Das passt gut zu Risa. Enterprise hast du ja nie gesehen. Ähm. Ich darf dich dann... Darf ich dich spoilern? Hast du es hier vorzugucken? Ich hab die erste Staffel mal geguckt, aber alles vergessen. Das ist, glaub ich, sogar die erste Staffel. Ich weiß es nicht mehr. Also, oder maximal zweite. Also, der dritte auf gar keinen Fall und vierte auch nicht. Das kann ich auch schließen, weil die dritte ist ein zusammenhängender Kriegsschauplatz. Und die vierte ist die geilste von allen und das sind nur Doppelfolgen. Oder Dreifachfolgen eigentlich. Eigentlich meistens Dreifachfolgen. Okay. Ähm. Also, er und, und der andere... Ich bin schon froh, dass ich mal wieder Deep Space Nein weitergekriege habe. Ich find's auch gut. Ich find's auch gut. Wie gesagt, man muss nur die ersten zwei Staffeln überleben und danach wird's richtig gut. Ja, es ist immer nur so, Gott, Kira, ja, wir wissen's, dass du wieder mal austickst, deine Tage hast. Entschuldigung an alle Frauen. Wir verabschieden uns an alle weiblichen Zuschauer, also alle zwei weiblichen Zuschauer. Ernsthaft, das ist wirklich so nervig. Aber ja, vielleicht ist die dritte Staffel dann spannender. Definitiv. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, genau. Also, Reed war zusammen mit, ähm, Tucker auf Rizer und noch ein paar andere waren auch auf dem Boden unterwegs. Und die sind abends in eine Bar gegangen und, äh, haben da irgendwie zwei Mädels angesprochen, mit denen sie eigentlich dann, ne, hier knickknacken und so. Ähm. Die entpuckten sich dann aber irgendwann, dass sie bewaffnet waren und holographisch eine Mütter trugen. Das waren dann eigentlich Männer und die haben die dann überfallen. Oh, geil. Nice. Good job. Joa. Also, der Sicherheitsoffizier, der Sicherheitsoffizier, der Enterprise, die sich dann... Wieso muss man das so leise sagen? Damit das an Bedeutung gewinnt. Achso. Alles, was man speziell betont, nimmt der Zuschauer da draußen in einer besonderen Umgebung über seine Kopfhörer viel besser auf, als wenn man es ganz normal und einfach sagen würde. Das hat der Dings wahrscheinlich auch mal so, oder? Ich bin Reed. Sicherheitsoffizier. Ja. Hallo, Reed. Weil, wissen Sie, wenn man das... Normal. Bitte. Der hätte wahrscheinlich immer angegeben, Reed, Sicherheitsoffizier der Enterprise. Erstes Wop-Film-Schiff, der Menschen. Und Sie sind... Aber Sie dürfen mich Gott nennen. Ja, genau. So. Jo. Ähm. Das war's Eventl, ne? Ja. Also, wie gesagt, heute... Diesmal kein Fünf-Sterne-Dude. Auf der rechten Seite. Nur wieder zum Glück eine Community-Belohnung, wo es dann wieder ein Portal gibt. Ein Portal? Yay! Macht ihr mal, ich nehm das Portal. So, so, ich kriege... Warte mal, hab ich denn... Einen hab ich aber schon gesammelt, ne? Oder? Warte mal. Warte mal, ich brauche nochmal einen. Den hab ich noch, den hab ich noch. Sehr fort, man muss nur einmal wirklich teilnehmen hier. Obwohl, ja, doch, ich hab 125 Punkte. Egal, also so. Zack, ich hab teilgenommen. Jetzt können wir ja noch viel machen. Immer wie so ein Schnorrer hier. Jo, na jo, passiert. Ah, ich hab mich verklickt. Was hast du jetzt gemacht? Bei der teuersten Mission bin ich auf den Maximal Warp gegangen. Nein, scheitern. 200 Kronitonen weg. So ähnlich, ja. 240. Oh. Na ja, immerhin hat die Tanze der Kira nun ihr Item. Na, freu ich mich. Freu ich mich für sie. Tanze der Uhura. Kira, sag ich. So viele Teams müssen angeguckt. Weiter, weiter, weiter. Tanze mit dem Hurra. So, Stufe 99. Was war die, die letzte Woche dabei war? Hm, okay. Jo, ich hab eh keinen, weil ich hab diese Woche eigentlich fast gar nichts gemacht. Ich hab das letzte Event nicht wirklich gemacht. Ich hab nur am Donnerstag oder am Freitag ein bisschen gedattelt. Das ganze Wochenende dann nicht. Montag auch nicht. Aber war quasi Dall-Do. Dall-Do. Ja. Dieses WE wird's ähnlich sein, weil ich ein anderes Projekt... Obwohl, es ist ja jetzt live. Was heißt live? Es ist öffentlich. Elite, was muss ich weiter aufnehmen. Ja. Aha, aha. I like it. Naja, Uhura kann ich auch noch nicht unsterblich machen. Diese fünf Sterne. Und ich hab erst den einen. Also, dies wird noch ein bisschen dauern. Drückt bald, wo die Daumen bis nächste Woche muss er es schon geschafft haben. Schaffst du, komm. Ich glaub, sonst hab ich niemanden diesmal. Ne? Jo. Ja, wie gesagt, ich hab auch niemanden weiteren Neuen. Es bleibt bei... 223 von 225. Warte mal. Ich hab heute noch nicht repliziert. Ich könnte den einen jetzt dreimal irgendwas replizieren. Dann geht das schon irgendwie. Warte mal. Na schau. Für die Zuschauer. Tue ich alles. So lobe ich mir das. Das ist ein Satz. Was die ISS? Weg damit. Weg damit. Halt es so raus. Ich brauch keine Mühe. Ich zahl, ne. Okay. So. Winsrobe. Anlegen. Äh. Ja, die will ich mich nicht auch weckern. Die guckt so, so. Das Grinsen, das macht ein Kyre irgendwie. Mhm. So. Hier nochmal. Hier nochmal. 10 Replikatorationen. Teuer. Teuer. Scheiß. Drehkörper. So. Ja. Mh. Drehkörper. Könnte sein. Den nehmen wir nochmal mit und. Ob ich es können, nehmen wir den nochmal mit. So. 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 Ich bin gleich da. Und zwei kostet das. Zwei. Zwei. Ich hab doch nur 1446. So. Dann hab ich da noch ein bisschen. Oh. Du bist der. Anno. Viertig ist der. Wenn du bist der. Wedek. Win. Adami. Wortstäblich. Oh die Menge. Ich will jetzt gratuliere sagen, aber. Ich mag die nicht. Aber wieder ein Platz frei für den Anno. Das ist schön. Jetzt hab ich 219 von 220. So. Hol mir noch was ab vom Eventl. Eine Kira zwei Sterne. Geil. Die hatte ich ja noch gar nicht. Glaub ich dir sofort nicht. Ich glaube besonders hoch komme ich auch nicht, weil ich habe die ganzen Eventcharaktere nicht. Also ich habe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Weed habe. Und Kira und Tores habe ich auch nicht so wirklich. Du hast keine Tores? Mal gucken. Ja schon, aber das ist so eine 3 Sterne. Ach und die 4 Sterne auch, da die Liaison Tores, aber die kommt scheinbar auch nicht auf tolle Werte. Kira. Okay. Kira. Kira. Mit Schnäppchen. Läuft. An den Touristen. Reed. Gut. Der sagt auch so, Hände weg, Hände weg von diesen Offen. Ich würde sie nicht kaufen. Nein. Also ich an eure Stelle. Ne. Never ever. Bloß die Finger von lassen. Tores ganz aggressiv. Kaufen. Wenn du nur nicht in 30 Sekunden kaufst, erschieße ich dich mit diesem merkwürdigen Phaser. Dieser merkwürdigen Fingerfalle. Au. Selbst ausgelöst. Ja, dann haben wir noch die Freiheitskämpfer. Elix, Jake, den Andorianer aus Discovery. Wie hieß der nochmal? Discoverianer. Schuka. Fast. Schuka, Schuka. Den hätte ich nicht mehr erkannt. Doch, weil der nicht aussieht wie die standardhaften Andorianer. Okay. Weil der so noch blauer ist. Nein, normalerweise sind die einfach nur blau im Gesicht und haben Antennen. Aber hier siehst du ja, dass er diese komischen Augenbrauen und Wangenzacken hat. Mhm. Die gab es bei den sonstigen Andorianern einfach nicht. Die waren einfach nur blau geschminkt zu dem Zeitpunkt. Ja, dann haben wir den Schuka, ne den Schaka, Schuka und Schaka, Cassidy Yates und natürlich die profitable Ishka. Ja. Jates war auch Diebstbissnein? Ja. Ja. Jetzt war alles hier Diebstbissnein, was ist denn das? Es war die beste Serie. Aber der Radl Nelix mit seinem Baguette ist da und fällt da raus. Ja. Bei dem Lachen denkt man schon so einfach, ne. 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 Just don't. Achja, das gibt es dann auch nochmal in Unabhängigkeit, also Freiheit und Unabhängigkeit. Mhm. Wichtige Werte unserer Jugend. Ja, ja. Klar. Ja. Ich will gerade überlegen, wie weit wir das hören. Ne, das war anders. Jetzt kommt's. Ich dachte, das wären irgendwie die Anfangsworte der Hühne, aber die gehen anders. Ja, man muss echt überlegen. Also, wann singt man denn dieses bescheuerte Lied da mal? Na, hier ist doch gerade Deutschland, National, WM. Ist doch raus. Na gut, das ist wirklich dumm singen. Ich wollte's grad sagen. Da schämt man sich doch eher dafür, oder? Ja. Puh, das ist ganz ehrlich, ich hab die Spiele nicht alle gesehen. Hast du's verfolgt, oder? Nein, nein, nein. Ich hab kein einziges Spiel wirklich komplett gesehen. Ich hab das zweite. Da hab ich die ersten 10 Minuten von gesehen und dann hab ich auch wieder ausgemacht. über ZDF-Mediathek-Portal über Livestream, keine Ahnung. Interessiert's dich dann nicht, oder? Ehrlich gesagt, WM sonst ja. Ich hab jede WM die deutschen Spiele geguckt. Aber diesmal ist es irgendwie, ich weiß nicht, so dieses... Kein Interesse und irgendwann hab ich schon vorher das Gefühl, das wird nix. Toll. Hätt ich mal drauf wetten sollen, eigentlich. Anno hat's vermasselt hier. Ja, klar, ich war's. Glaub nicht an die Mannschaft. Nicht die Zusammenstellung dieser komischen Mannschaft, aber... Ich war's. Ähm... Ja, und... Keine Ahnung. Schande! Vielleicht auch, auch wenn man's nicht sagen darf, unterbewusst... Politisch, keine Ahnung, was weiß ich. Was? Wo spielt sie? Mehr sag ich jetzt zwar nicht dazu. Achso. Hm. Hat jetzt aber länger gedauert. Ja, ich dachte jetzt gerade, hä? Meinst du jetzt Ösi? Ach, bei euch findet die WM statt? Ja, hat die Politikdebatte. Da ist aber sehr kalt bei euch geworden. Gab's ja mehrere Politikdebatten. Ja, ach Gott, hör auf. Gern langer so auf'n Schnösel. Haha. Haha. Das war euch auch aktuell, das ist eines der größten Themen mit Artikel 11 und Artikel 13. Brr... äh... Sagt mir jetzt nix. Echt nicht? Ne. Ja, lass mich geraten, das ist wieder ein Scheiß, den nur Deutschland wieder mitmacht in der EU. Egal. Keine Ahnung, was das ist, wenn du es mehr ausdeutschst, dann... Ähm... Also ich bin nicht hundertprozentig im Thema drin, aber grob gesagt ist Artikel 13, ähm... Es soll die, die, die Freiheit, speziell wenn du so in Richtung YouTube und Meinungsmacher und auf Facebook und Twitter und Co. stark eingrenzen. Es ist natürlich in erster Linie löblich, um diesen ganzen Hassportalenkram entgegenzusetzen. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wenn du zum Beispiel jetzt ein Bild hier in deinen Thumbnails von Timelines verwendet, könnte dich Timelines daraufhin verklagen. Okay. Oder sagen, das Video muss offline genommen werden, es zeigt Content von mir. Im Thumbnail, im Video, whatever. Eigentlich geht das ja eher zu Lasten von YouTube, von den Portalen. Ja, es geht zu Lasten der Portale, geht aber hauptsächlich auch an die, ja, Creators ran, weil es soll dann so scharf geschaltet werden, dass in dem Moment, wo du dieses Bild, also das Thumbnail oder die Videodatei oder den Text oder ein Bild auf Facebook, Twitter, Co. KG, Instagram und wie sie nicht heißen, hochlädt. Soll das, bevor es veröffentlicht wird, irgendwo komplett durchgescannt werden und wenn diese automatisierten Mechanismen das erkennen, dann wird es sofort gesperrt. Ja, und dann wird eigentlich, kann sich die Firma an das Portal wenden, sprich an YouTube. Genau. So, jetzt stell dir mal vor, du bist sowas, deswegen sagen ja viele, es ist eigentlich kaum machbar jetzt. Stell dir mal vor, du bist eine Firma wie GameStar oder sowas, die ja zwangsweise mal das Bild oder das Logo oder irgendwas vom Spiel zeigt. Ja. Und dass diese Firmen, die zeigen irgendwas von EA und dieses Logo ist dann so gut erkannt worden im Video, dann wäre dieses Video automatisch nie veröffentlicht worden. Mhm. So, also in meinen Augen ist das eine absolute Scharfschaltung der Megazensur einfach nur. Nämlich Stummschaltung, also alles stummschalten, bevor es überhaupt veröffentlicht wird, sodass sämtliche Art von Diskussionen um das ganze Thema herum gar nicht erst möglich ist. Mhm. Ja, klar. Ja, man müssten sie halt machen, weil sonst sind sie selber dran. Ja. Aber es ist trotzdem pervers. Das kann man wohl so festhalten. Ja. Gudi. Ähm, Kost-Kinjal. Kleiner Exkurs. Kleiner Exkurs, ja. Das Schlimme ist, bei Politik wird ja immer schlecht, weil ich so zu lange drüber rede einfach. Ja. Und deswegen halte ich mich da auch sehr fern von allem. Ähm, also das Kost-Kinjal. Ich rate einfach mal, also ich habe jetzt auch nichts gefunden, ich habe es bei Google eingegeben. Es gab lediglich das Ergebnis zu einer Timelines-Wiki-Seite-Video. Ich vermute, es hat das mit dem Kost-Ammoyan zu tun, was ein Parageist aus Deep Space Nine ist. Okay. Aha. Ja. Parageiste lernst du dann auch noch kennen. Schön. Alle zwölf Sekunden verliebt sich ein Geist bei Targeist. Ich Parageiste jetzt und du. Ich Elite-Paar-Geister jetzt irgendwie als die andere Seite. Oh Mann ey. Ja. 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 Ja.